6 Gründe, warum Holy Bowley deinem Hund Gutes tut. Und ab jetzt gibt es 4 neue, die ihr noch nicht kennt. Die letzten beiden werden euch überraschen. Und hier sind sie auch schon, die 6 Gründe, die Holy Bowley zu dem kulinarischen Begleiter deines Vierbeiners machen. Jede Bowl wurde individuell zusammengestellt, um eine optimale Versorgung deines Hundes zu ermöglichen. Den Anfang macht die Lamm Quinoa Bowl. Durch den namensgebenden Anteil an Quinoa, welcher einen erhöhten Gehalt von 13 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm Rohmasse hat, bildet dieser einen bedeutenden Eiweißlieferanten im Hundefutter. Und besitzt zudem noch wichtige essentielle Aminosäuren. Eine weitere Bowl, die ihr bereits kennt, ist die Truthanschia Bowl. Diese besticht nicht nur optisch durch den Zusatz von Süßkartoffeln, sondern die Süßkartoffel ist in mehreren Bowls vertreten und das aus einem ganz einfachen Grund. Diese wirkt nicht nur schonend auf den Magen deines Hundes, sondern ist auch entzündungshemmend und beugt der Entstehung von Leberkrankheiten vor. Ab sofort hat die Holy Bowley-Familie aber noch Zuwachs bekommen. Mit der Lachs-Brokkoli Bowl ist ein fischiges Menü mit eingezogen. Dabei bringt der Lachs wichtige Omega-3-Fettsäuren ins Futter, die sich nicht nur positiv auf das Immunsystem deines Hundes auswirken, sondern auch das Risiko für Allergien und Hautprobleme lindern. Die nächste Bowl ist eine wahre Protein-Bombe. Durch die hochwertigen Anteile von Rinderleber in der Rindfleisch-Süßkartoffel Bowl bringt dieses Menü eine bedeutende Menge an Eiweiß mit und ist zudem reich an Vitamin A und Eisen, welches maßgeblich das Sehvermögen unterstützt. Kürbis im Hundefutter? Holy Bowley sagt ja und bringt mit der Schwein-Kürbis Bowl eine Ballaststoff-Bombe raus. Zudem enthält der Kürbis die Vitamine B, C und E sowie Antioxidantien, welche vorbeugend in Bezug auf Krebs wirken können. Das exotische Highlight ist wohl die Känguru-Hirse-Bowl. Inhaltlich besticht diese nicht nur durch ihre außergewöhnlichen Hauptbestandteile, sondern vor allem auch durch den Zusatz von Ingwer und Kurkuma. Die entzündungshemmende Wirkung des Kurkuma wirkt sich positiv auf den gesamten Organismus aus und die Power-Knolle Ingwer wirkt zudem antibakteriell sowie antiviral und kann sogar Übelkeit lindern. Alle Bowls enthalten ausschließlich hochwertiges Fleisch und werden schonend gegart, um alle wichtigen Inhaltsstoffe zu erhalten. Über eine einfache Online-Analyse könnt ihr euch eure eigene Futterbox zusammenstellen und dabei sogar Unverträglichkeiten und Allergien mit einkalkulieren. Also schaut euch jetzt bei Holy Wolly vorbei und sichert euch noch heute eure Feinschlecker-Bowls.